So, da sind wir wieder. Wir waren mal so frei und haben uns diesen QR-Code hier angeguckt. Nichts Wildes, könnt ihr ja selbst mal machen. Ich hoffe, die beiden anderen alten Herren haben da gut raufgeguckt. Ich mach das selbst auch nochmal. Da muss er das abgeschrieben, an den Code gemerkt und werden da mal ein paar Prüfer hinschicken. Komm, lauf! Da hat sich halt ein Developer wieder einen kleinen Spaß erlaubt. Macht er wohl in vielen... Oh, meine Emotionen regt nicht mehr. Hm, stimmt. Wo ist mein Auto? Ach, da. So, neue Quest haben wir ja schon aktiv. Oh, oh Gott. Oh. Okay. Packts, Kollege. Es tut mir doch leid. Nein, tut sie nicht. Jawohl, ja. Tut's wohl. Mhm. Oh. Ja, ich geh das hin. So. Du fahr los hier. Ach so, ey. Ich guck erst mal auf die Karte, bevor ich hier irgendwie loswatsche. Ach so. Ja, stimmt. Da bist du uns weit voraus. Also... Ja, losfahren. Dachte ich mir auch so. Äh... Das ist immer die andere Quest. Ja, das ist wahrscheinlich besser. Nee, geht auch immer da lang. Da muss ich aussteigen, warte mal. Ach, das finde ich ein bisschen schlecht geregelt. Ja, passt für die. Äh... Insektenplage habe ich jetzt mal aktiv. Ja, wunderbar. Dann müssen wir da oben hin. Und tschüss. Ja, ja. Hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. 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 Oh, flutsch. Flutsch. Ja, mach mal kaputt. In der Arbeit. Jo, rollt hier schon alles. Ich schieße nur auf dich. Ja. Okay, wir müssen raussteigen. Ja. Ach, wir kriegen gleich wieder ein Bossfight. Vermute ich. Hast du das jetzt schon? Spaut hier nix? Doch. Und was. Ja. Auf jeden Fall, ne, siehst du dieses Gefritzel auf dem Boden nicht? Ach, das hier. Oh. Yeah, Level. Uh. Wurde ja Zeit hier, ne? Ja. Scheiße. Sieht ihr das? Äh. Wo werden wir hier noch beschossen? Oder? Ach da, hier. Von, von der Brücke her. Hm. Ich wurde nicht getroffen. Hä? Triff doch mal ein, du Scheiße. Haha. Schmeißt er wieder mit seinen Pokébellen um sich hier. Ja, das kann. Ja. Ich skill mal eben schnell. Schnell? Also sagtest du halt schnell? Ja, das hab ich mir auch grad so überlegt. Ach, maximale Gesundheit ist glaub ich auch nicht so scheiße, ne? Äh. So wie du stirbst, äh. Sinnlos. Ne, ich erachte das grade dann als sinnvoll. Du stirbst halt ein Stück langsamer. Ja, reicht doch. Tschüss. Bye bye. Oh Gott. Oh. Hast du dich fast selber. Oh, du bist fast down, ne? Dein Wegelchen. Ja, 300 noch. Oh. 273. Äh. Du darfst nicht zu viele gleichzeitig überrollen. Ja, ja, ja. Das war an versehen. Äh. Glaub nicht, dass es bei dir jemals irgendwas gewollt ist mit Auto. Acker. Einparken, Weg finden. Mops überrollen. Hahahaha. Da zündet man einmal sein... Ach, Schaden eben. Da zündet man einmal sein Nitro, ey. Da zündet man einmal sein Nitro, ey. Du installierst grad den Migu... Äh, hat das nicht grad den Migu läuft? Na, der ist hier. Hui. Boom. Oh. Pff. Schön, dass er erstmal weiterfährt. Glaub dir kommt gleich was ganz großes. Ne, noch nicht. Doch. Aua. Ihr seid scheiße. Hm. Hm. Da ist was hässliches. Und da. Nein, nicht auf mich schießen. Hahaha. Na doch nach, du hässlicher. Meine Güte. Kann sich ja auch anstecken. Oh, da ist der Boss. Ist das schon der Boss, ja? Ja. Boom. Da kann... Oder auch nicht, würde ich jetzt sagen. Oder. Ich entscheide mich für oder. Eine Hunter Class Mod. Ja. Hat mal lange schon nicht mehr, ne? Ne. Oh. Nette Sniper. Nehme ich auch. Das. Irgend so'n, so'n, so'n Dings hier. Für dich. So'ne Sword Rifle, ja. Ich hab grad schon geguckt, aber... Ist jetzt nicht so... Okay. So, was ist das hier noch? Äh... Ne Sirenen Mod. Entzündungsschaden plus 44% und zwei Phönix-Skill. Denkt dran, alles Munition via Looten. Ja. Das haben wir jetzt nicht mehr. Oh. Ja. Also ich hab halt meine Class Mod geändert. Für alle Unbeteiligten vorher. Ja. Testweise erstmal. Ja. Äh... Ach, wieviel. Jetzt muss man noch halbe Stunde Kisten öffnen. Also Pistolen-Muni nehm' ich gerne. Achso. Und ich hab' mich übrigens dazu entschlossen, hier diesen Raketenwerfer mitzunehmen. Weil... Wenn ihr einfach mal gucken wollt... Und ich schies' nochmal. Das Nachladen geht halt verhältnismäßig schnell. Da dachte ich mir, das kann man noch mal machen. So, dann kann ich jetzt mal die andere Quest aktivieren, ne? Was haltet ihr davon? Die Reaktivierung der Funkstation. Hä? Könnten sie vielleicht auch erstmal abliefern? Ja. Ja. Wir müssen da eh drüber vorbei. Okay. Wenn Thomas was sagt. Ist das richtig? So, Andi. Ja. Muss schon in die richtigen... Platzheit steigen. Ja, äh... Ist mir aufgefallen. Wollte ich auch nur noch dran erinnern. Das ist sehr freundlich von dir. Sehr gerne für dich. Äußerst. Ich bin mit deinem Service äußerst zufrieden. Das ist schön. Grundrezession, top. Vergiss das bitte nicht in dem, äh, Gespräch in zwei Tagen zu erwähnen. Nee, das macht er aus Prinzip nicht. Er ist nur nett, wenn da nix... Wenn da nix hinten dran hängt. Ja, ja. Dass er nicht zurückverfolgt werden kann auf ihn. Ah. Okay. Kennst das doch. Aber du bist eh schon am... Ich habe bei sich auch kurz Aufnahmestopp gemacht. Thomas, du bist eh schon am Arsch. Ich erinnere an letzte Woche. Du weißt, was ich meine. Im Bezug auf dicke Menschen. Ja, jeder andere nicht. Danke fürs Gespräch. Ja, äußerst. Lassen wir das. Okay. So. Was denn? Aufsteigen? Einsteigen? Schießen. Kann ich nicht. Hab ich aber nicht gelernt. Weiß ich. Ups. Hab ich mir das überhaupt erzählt? Weiß ich nicht. Was meinst du jetzt genau? Gerade am überlegen, ob du das meinst, was ich denke oder nicht. Betitelt es doch einfach. Nee, nee, nee. Meinst an die junge Frau? Ja, ja. Hab ich dir das erzählt? Das war während der Aufnahme, du Nappe. Ah, das war so gut. Welche Aufnahme? Letzte Woche. Mein Kurzzeitgedächtnis ist im Arsch. Ich bin hier gleich kaputt, weil irgendwas auf mich schießt und ich das nicht sehe. Ja, ich hab auch so einen Psychopath an mir dranhängen und irgendwie... ...will er nicht reden. Oh, alter. Ach so. Ah. Mein Brandschaden hat ihn hier grad noch, äh... ... noch ordentlich niedergemacht. Das ist ja nice. Oh, mein Pistole ist leer, übrigens. Ha. Ich glaub, das darfst du gleich wieder ändern. Mit was spielst du denn da rum, eh? Der kann doch nix. Hahaha. Ha. Nein, das war einfach... ... das ist halt auch eine Pistole mit Maschinenfeuer einfach drauf sammeln, ne? Und da ist die Munition halt... Relativ schnell, Ente. Ente, 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 Ente. Ha. Ente, 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 Ente. Ok, liebe Leute. Wir sehen uns dann, nächste Aufnahme in einem Irrenanstalt. Ich hab grad einfach mal schon mal den Teppich hochgeklappt und das Niveau drunter gekehrt, also... Noch mehr geht ja gar nicht. Stimmt, da ist schon ne Wölbung hinter. Das ist ne Wölbung? Das zählt schon als Mount Everest. Dicke Gebirgskette. Der Marianngraben hat sich nach oben geformt. Wo ist denn das andere Ding? Ach, da hinten. Oh, Alter. Naja, ja. Wir kommen ja... da nochmal irgendwann hin. Dicke Lootkiste. In ner Pumpe. Hm... 52, 12... Das ist eigentlich nicht so scheiße. Nimm's doch. Ich probier die gleich mal aus. Wobei mir dieser Süd hier gut gefällt. Ich hab drei Aufnahmen wieder flöten, bis es festgestellt hat, ne ist nichts. Naja... Wo sind unsere Karren? Da... Aha! Ja, ich hab mir Zeit gelassen. Ich will dir das ja auch mal gönnen. Ach so... Ach so schon... mhm... Okay... Nein, nein, wir manipulieren dich hier nicht. Das ist von selbst umgefallen. Vor allem sabotieren wir dich nicht. Manipulieren... Mach ich mir ja schon selber. So... Sabotieren auch. Von daher... Ich spiele hier X-Faktor, das Unfassbare. Ja, Galileo Mystery. Eindeutig ein Fall dafür. Das Galileo Mystery Team hat... Oh! Das wäre ein Fall für Galileo Mystery. Was versuchst du eigentlich gerade? Ich versuch gerade auszuparken. Aber irgendwie klappt es nicht. Ich seh das schon. Ich steig dann auch mal aus. Genau, einfach mal aussteigen und... Oh! Guck mal! Ich geb mal oben die Quest ab, ne? Ja... Oben auch noch. Oh Mann! So, die Insektenklage haben wir. Seid ihr... Neben mir? Zufälligerweise... Nein, noch nicht. Also noch nicht ausreichend. Dass wir hier wieder irgendwelche... Quest Rewards... Äh... verschenken. Oh, wir haben ja zwei neue. Jaaa... Andy? Äh... Ich find euch nicht. Wir sind oben. Übers Auto gesprungen hier, oder was? Boah... Oben. Am Brett. Ich komm ja schon. Ist dir ganz sicher? Wenn ich Glück hab, lauf ich jetzt auch richtig. Jaaa... ich lauf sogar richtig. Ich bin ja begeistert. Es werden sogar zwei Wege gewesen. Einmal rechts, einmal links. So, jetzt bin ich da. So, eine Shotgun. Der wird 22. Crap. Tubeblätter. Und jetzt haben wir... Slither töten. Okay. Okay. Töten wir ihn? Mach erstmal... Reaktiviere Funkstation. Jo... Sofort. 52 x 9 Schaden. Uh... Mit 6 Schuss. Uh... Das wäre jetzt... Das wäre jetzt... Das wäre jetzt... Ich glaube ich behalte aber meine 12 Schuss... Kanone doch lieber. Ach, wundervoll eingeparkt. Ups. Ähm... Da... So... Dann... Äh... Was war es? Deaktivierung der Funkstation. Okay. Hat er. Bist du sicher? Hat er? Warte. Weiser. Bist du sicher, ob du da einschränken wolltest? Oh Gott. Warum habe ich das gemacht? Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Und da war noch ein Boost. Ich kann gar nicht hingucken. Ich habe so Angst um mein Leben. Das ganze Leben geht da nicht vorbei. Oh. Ja. Oh. Das ist mir jetzt aber schon ein bisschen unangenehm. Ja. Nee. Wer baut da eine Platte hin? Wer macht hier die Rahmenbedingungen? Es sind hochgängige philosophische Fragen. Die müssen gestellt werden. Ja. Auf jeden Fall. Und warum? Was kreischt mich hier an? Ja. Hm. Großartig. Eingeparkt. Oh. Oh Stonehenge. Ja doch. Gefährliche. 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 Also. Es gibt ja so Rätsel. Oh mein Gott. Es kippt. Das Stonehenge. Das Stonehenge von Aliens erschaffen wurde. Und so weiter und so fort. Aber wer das hier sieht. Ich glaube ganz ehrlich. Der stellt sich die Frage nicht mehr. Der kennt die Antwort. Wir waren vor Ort. Früher im Leben. Ja. Boah. Kareten. Uh. Kareten? Denk dran immer schön die Muni aufsammeln. Ne? Ne? Ne. Jetzt müsste ich eigentlich auch nochmal meinen Raketen Upgrade Munition Spla machen. Bei nächster Gelegenheit irgendwann. Ja. Wenn da erstmal ein Automaten nach verbinden ist. Das ist immer das Problem. Ja. Boom. Wie ich nichts treffe ne? Er steht vor dir. Das ist schon recht schwer da nichts zu treffen. Achso. Nichts treffen wir einfach mal gerade anschmeißen. Ja. So funktioniert das noch am besten. Ja. Ja. Seht nicht da aus. Schränke. Mit Jolt. Mit Jors. Mit Jors. Warte mal. Das muss ich doch mal glatt überprüfen. Jo. Jo. Mhm. Ähm. Äh. Class Mode müsste ich dann auch nochmal. Aber ich weiß es nicht. Schöne. Ne. Class Mode gucke ich auf jeden Fall nochmal ähm. In der Aufnahmepause. Ja. Das ist wieder. Eine Stunde Aufnahmepause. Aber die Kanone tausche ich schon mal aus hier. Gibt dir ganz sicher? Willst du das nicht nochmal abchecken und prüfen? So. Ne. Das habe ich ja instant gesehen quasi. Ach. Das war für dich. Hm. Okay. Ja. Bei der anderen muss ich halt immer auf die Skills erst achten und gucken. Ne. Wie das da so aussieht. Meins muss erst dir zum 87. Mal nachlesen was die eigentlich machen. Ja. Das ist bei mir auch nicht anders. Das sind ja auch immer verschiedene Skills. Ne. Alles looten. Alles meins. Okay. So. Nächste Quest. Oder wollen wir abgeben gehen direkt? Nö. Machen wir die nächste Quest. Old Haven. Ne. Ne. Wir haben hier noch eine. Ne. Also hier in New Haven haben wir nichts mehr. Ne. New Haven sind wir nicht. Wir sind in Rust Come and East. Das gottlose Monster müssen wir töten. Okay. Dann machen wir das nochmal. Da gibt es eine Pistole für. Ach so. Da. Open. Okay. Okay. So. Munition wieder. Alles geladen. Slither. 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 Slither der Himmelsdrache. Ah hey. Hier ist unser Stonehengegebilde. Ich erinnere mich. Ich will da reinsteigen. Ich will. Oh. Ich will kein grünes Eis. Ich will Boot fahren. mal an. Aus. Ja. Ham. Mhm. Stöp'. Hahahaha. 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 Du bist so ein bisschen. Hahahaha. 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 Also die... Die Autos hier. Ya. Hahahaha. Ich fahr auch ganz stumpf hinterher. Hallo. Hahahaha. Ich werde hier angewichst gerade. Oh, wieder die Katzen hier, oder? Soldaten-Class-Mod gab es hier dafür. Ach, die Katzen sind echt ein bisschen nervig hier. Wie? Ach, hast du ein Auto gespottet? Nee, ich wurde umgedreht. Können wir mal helfen, aber ich habe keine Lust dazu. Ja, war mir klar. So, hier ist der Berserker-Class-Mod, die loot ich auch einfach mal razzifutzi weg hier. Ja. Wo ist mein Auto? Es ist weg. Es ist wirklich weg. Hier sind noch ein paar Kisten, wenn du noch ein bisschen Zeit... Guck mal, da ist noch ein Häuschen. Offenbar habe ich keine Zeit. Es wurde für mich beschlossen. Oh, ach, da vorne klebst du. Am linken Rad. Nee, nee. Oh, jetzt nicht mehr. Nee. Nee. Müssen wir hier nicht abgeben sogar? Äh, kann sein. Hier. Lass mal kurz Plätze wechseln. Dann, aber warte mal. Bevor wir jetzt weiterreisen. Das bietet sich nämlich gerade an. Ich glaube, hier oben ist auch noch ein Automat, ne? Dann können wir da irgendwie nochmal verticken und alles. Und dann machen wir auch einfach mal eine Aufnahmepause, nochmal eine kleine. An der Bergbank halt wieder, ne? Ja, wieder mal eine Bergbankpause. Dann rennt der doch mal hier hoch. Ja, er rennt immer den langen Weg hoch. Der ist ganz kurzer Weg. Ja, den habe ich nicht gesehen. In dem Sinne, liebe Leute, macht es gut. Bis lang. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. 8-8. Bis zum nächsten Mal.